Spezialitäten aus dem Badener Land genießen. Der Türkenlui am Zwenkauer See verbindet Delikatessen mit einem angenehmen und ruhigen Ambiente. Angelehnt an den Marktgrafen und Feldherren in den Türkenkriegen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden hat sich der Türkenlui am Zwenkauer See einen Namen gemacht. Kunstvolles Ambiente, erlesene Weine und kulinarische Spezialitäten aus Baden-Württemberg. Mit viel Liebe zum Detail servieren wir Ihnen die badische Küche. Um jederzeit die beste Qualität und größtmögliche Frische unserer Speisen gewährleisten zu können, bieten wir Ihnen eine Auswahl saisonal wechselnder Gerichte und intensiven Weinen aus den sonnenverwöhnten Lagen des Badener Lands. Erleben Sie am Kap Zwenkau bei einem herrlichen Panoramablick die Wein-, Kunst- und Gourmetstube zum Türkenlui. Erleben Sie am Kap Zwenkauer